Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer nächsten Folge von Henriettas Denksport. Heute wird europäisch geboxt. Also wir machen die Übung Boxen aus dem Bereich Ausdauer und kombinieren sie mit unseren geografischen Kenntnissen, nämlich mit europäischen Hauptstädten. Janet, Finja und Janis machen die Übung gemeinsam vor und ihr macht einfach mit. Und wenn ihr die Antworten wisst, ruft sie einfach ganz laut rein. Viel Spaß! Auf geht's! Unsere Füße gehen auf der Stelle. Das ist noch ganz leicht. Jetzt boxen wir immer mit den Armen nach vorne. Die Füße gehen weiter. Und um es richtig schwierig zu machen, boxt ihr jetzt. Zweimal nach vorne, zweimal zur Seite. Zweimal nach vorne, zweimal zur Seite. Auf geht's! Hauptstadt Niederlande. Amsterdam. Hauptstadt Italien. Rom. Hauptstadt Schweden. Stockholm. Hauptstadt Belgien. Brüssel. Hauptstadt Estland. Tallinn. Sehr gut! Super! Die größte europäische Hauptstadt ist übrigens die Hauptstadt von Russland, also Moskau, mit 12,41 Millionen Einwohnern. Im Vergleich, unsere Hauptstadt Berlin ist ja auch schon ziemlich groß. Genau genommen die größte Stadt Deutschlands, hat aber nur 3,8 Millionen Einwohner. Machen wir also jetzt schnell weiter mit den nächsten Städten. Viel Spaß! Wir sind bereit. Achtung, los geht's! Hauptstadt Portugal. Lissabon. Hauptstadt Frankreich. Paris. Hauptstadt Irland. Dublin. Hauptstadt Finnland. Helsinki. Hauptstadt Österreich. Wien. Puh, geschafft! Zypern, Ungarn, Kroatien, Luxemburg. Es gibt noch einige europäische Länder, die wir noch nicht aufgezählt haben. So könnt ihr unsere Übung noch um mehrere Sätze mit noch mehr Quizaufgaben erweitern. Oder ihr fragt nach berühmten Sehenswürdigkeiten in den Städten. Macht damit noch ein Bewegungsquiz mit euren Freunden oder eurer Familie. Und weiter geht es mit dem dritten und letzten Satz. Viel Spaß dabei! So, und wenn ihr jetzt richtig gut sein wollt, dann laufen jetzt die Füße auf der Stelle. Achtung! Hauptstadt Griechenland. Athen. Hauptstadt Schweiz. Bern. Hauptstadt Türkei. Ankara. Hauptstadt Polen. Warschau. Hauptstadt Spanien. Madrid. Sehr gut! Seid ihr jetzt auch ein bisschen aus der Puste? Gar nicht ohne, oder? Und falls ihr nicht alle Hauptstädte wusstet, macht das gar nichts. Ihr könnt euch die Folge einfach nochmal anschauen und die Quizfragen gleich nochmal wiederholen. Und dann schaut natürlich auch bei unserer nächsten Folge von Henriettas Denksport rein. Wir freuen uns auf euch. Bis bald! Schaut rein, liked uns, abonniert uns, aktiviert die Glocke und macht vor allen Dingen mit. Wir freuen uns auf euch! Ja, ich trage doch dich! Bye! Auf euch! Tschüss. Ich trage doch nichts auf euch. Wiriennent uns auf die letzte Woche. Schaut an, wie wir es.